Moin Moin ihr Lieben und heute stehe ich mal an einer Stelle, wo ihr mich sonst in Videos eher selten seht. Und zwar stehe ich im Portal vor den beiden verschlossenen City Builds 23 und 24. Und was will ich hier? Ganz spannende News heute Morgen rausgekommen von dem lieben Full HD, der gerade den Griefer Games YouTube Kanal übernommen hat. Der Griefer Games YouTube Kanal hat noch gar nicht so viele Abos und da kommen viele, viele neue, spannende Updates. Von daher lasst doch dem Griefer Games Kanal auch mal ein Abo da. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und da erfahrt ihr immer die ganz, ganz, ganz heißen News. Was möchte ich euch erzählen? Er hat uns heute erzählt, der liebe Full HD. Und dazu gibt es auch einen Forenbeitrag. Ich blende euch das mal ein. Und zwar gibt es hier diesen wunderschönen Forenbeitrag 1.16 Alpha. Die neue Version 1.16 wird auf Griefer Games Einzug halten, allerdings in einer geschlossenen Variante. Das heißt, so wie ich es verstehe, wird es keinen Austausch zwischen 1.8er Servern und 1.16 Servern geben. Das heißt, wenn ihr beispielsweise City Build 23 wäre an 1.16, ihr spielt regulär auf CB16, könnt ihr nichts zwischen CB23 und CB16 her transportieren. Das heißt, die verschiedenen Server werden durch die Version bedingt und durch die unterschiedlichen Items, die es nicht auf allen City Builds gibt, dann und ähnliches voreinander getrennt. Und ich vermute, das betrifft auch euer Geld und alles andere. Das heißt, es sind wirklich zwei Parallelwelten, die entstehen. Und da setze ich auch erst den ersten kleinen Kritikpunkt ein. Denn schreibt das ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wenn wir wirklich auf zwei Versionen mit unterschiedlichen Items, unterschiedlichem Geld und so weiter spielen auf Griefer Games, was bedeutet das für die 1.8er City Builds? Werden die nach und nach absterben? Wird sich eine Zwei-Klassengesellschaft, eine Zwei-Generationengesellschaft, eine Zwei-komplett-unterschiedlich-getrennte Spielerschaft auf Griefer Games etablieren, sodass die einen nur noch in 1.8 spielen, die anderen nur noch in 1.16? Könnt ihr euch vorstellen, dauerhaft auf beiden zu spielen? Oder wisst ihr schon, ob ihr bei 1.8 bleiben wollt oder ob ihr zu 1.16 wechseln wollt? Schreibt das bitte mal in die Kommentare, würde mich einfach mal interessieren. Okay, trotzdem, was ist cool daran? 1.16 ist natürlich eine neue Version. Was ist denn der Unterschied überhaupt zu den anderen Versionen? 1.8.9 ist eine Version, die bereits 2014, September 2014, auf den Markt kam. Das heißt, wir reden von einer Version Minecraft, die sieben Jahre alt ist. Und das ist ja auch, was viele bemängeln. Und besonders auch wir Redstone, Bush und Alien und Redsenator und wie sie alle heißen. Wir bemängeln ja immer wieder, dass wir gerne auch die Beobachter hätten bei Redstone und ähnlichem. Und das sind Dinge, die halten bei 1.16 Einzug. Aber das ist noch nicht der einzige Unterschied. Bei der 2014 veröffentlichten Version 1.8.9, da sind natürlich die meisten Spieler. Und zwar wirklich der große Löwenanteil. Wir reden von 60, 70 Prozent aller Minecraft-Spieler spielen in der 1.8.9. Warum ist das so? Sie wird auf Griefer Games gespielt und sie wird auf Hypixel gespielt und sie wird auf vielen großen Servern, City Build Servern, PvP Servern gespielt und so weiter. Warum auch auf PvP Servern? Ganz einfach. Die PvP-Mechanismen im Spiel haben sich ab der Version 1.9 verändert und mit der 1.16 haben sie sich wieder nochmal ein kleines bisschen verändert. Das heißt, alle PvP-Server spielen am ließen auf der 1.8.9, weil dort der PvP-Teil, auch wenn ich mich persönlich nicht damit gut auskenne, weil ich PvP kein Fan bin, die lieben alle die 1.8.9er. So, jetzt gibt es aber ein paar Unterschiede mehr, die wollte ich euch noch zeigen. Zum Beispiel gibt es in der 1.16 neue Mobs. Es gibt die Piglins, mit denen könnt ihr interagieren, könnt mit denen auch so eine Art Handel betreiben, ist ganz spannend. Dann gibt es Hoglins, dann gibt es die Striders, die Zoglin, die Piglin Brute und besonders cool finde ich die Strider. Die sehen irgendwie saukool aus hier, dieses Gesicht finde ich richtig, richtig cool. Die schwimmen immer durch die Lava, wenn sie aus der Lava raustauchen, wird ihnen kalt und wenn sie wieder eintauchen, dann geht es ihnen wieder gut. Das sind richtig coole Viecher irgendwie. Ihr seht hier auch, die haben unterschiedliche Stärken. Hier 8 Herzen, 20 Herzen die Hoglins, 10 Herzen, 20 Herzen nochmal, 25 Herzen. Was man alles genau damit machen kann, könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen auf Minecraft Wiki, dann auch gerne in Deutsch. Ich bin jetzt hier im Minecraft Archiv in Englisch. Hier gibt es auch noch ganz viele neue Items, die ihr habt. Zum Beispiel hier Netherite Ignored, dann Netherite Scrap. Ich lese nicht alle vor. Spannend finde ich hier Soul Speed Enchantment Book. Das heißt, hiermit könnt ihr schneller über Soul Sand zum Beispiel laufen. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Den Loadstone Compass. Auch ein spannendes Item. Und vieles, vieles mehr. Was ich richtig feiere, ist das Soul Fire. Das feier, feiere ich. Dieses blaue Feuer, da freue ich mich tierisch drauf. Und auch hier das Soul Camp Feuer. Finde ich richtig, richtig stark. Soul Torch sieht natürlich auch cool aus. Die Soul Laterne, richtig schönes Item. Dann gibt es eine Menge neue Sachen wie, gut, hier die ganzen Blöcke überspringe ich jetzt mal. Die Weeping Vines, ja, das ist auch ganz cool. Aber ich suche was Bestimmtes. Hier, die Structure Items. Da gibt es nämlich viele coole neue Sachen, die richtig, richtig coole neue Bauwerke erlauben. Das gefällt mir sehr gut. Und es wird ein Item geben. Ich finde es hier gerade gar nicht in der Liste. Weil es schon älter ist als die Version 1.16. Aber es kommen ja auch alle Versions Items von den Versionen, die zwischen 1.8 und 1.16 lagen, dann auf Breaver Games. Und zwar auch Portale, nicht Portale, sondern Items aus dem End. Und das ist der Hammer. Denn in der 1.16 Version soll es auch auf Breaver Games ein End geben. Das heißt, ihr könnt nicht nur in den Nether, der auch sehr cool ist und der in 1.16 auch nochmal stark, stark abgewandelt, richtig geil ist. Nein, wir können ab sofort, wenn die 1.16 so released wird und nicht noch irgendwas weggeschnitten wird, werden wir in den End können. Und das finde ich richtig, richtig stark. So. Was das Ganze bedeutet, ihr könnt jetzt auch schon mitmachen. Dafür hat auch der liebe Fuller die schon geworben. Und zwar könnt ihr euch hier im Forum bewerben aktuell. Hier steht es, um an der Alpha teilzunehmen, könnt ihr euch ab jetzt Donnerstag, 6.05.23.59 bewerben. Dafür müsst ihr einfach dieses Formular hier ausfüllen. Das ist hier so ein Formular. Ich gehe mal zum Link weiter. Ich habe nicht vor, das zu tun. Ich möchte euch einfach nur kurz zeigen, wie das geht. Und ich fände es spannend, wenn einer von euch aus der Community da mitmachen würde und uns so ein bisschen was erzählen kann, was da so passiert. Und das ist hier das Formular einfach. Wie lautet mein Name? Wie alt bist du? Welchen Rang trägst du auf Free Fire Games 1.8? Wie viele Spielstunden hast du bereits? Warum möchtest du das Ganze machen? Hast du schon mal einen Fehler bei uns im Forum gemeldet? Wenn ja oder nein. Hast du Programmiererfahrung? Ist wohl nicht zwingend Voraussetzung. Ist aber hilfreich, wenn man das Ganze testen soll. Wie heißt du im Forum, damit wir dich dort erreichen können? Bist du auch im Forum angemeldet? Ganz wichtig. Du benötigst als Tester ein Kommunikationsprogramm Discord. Das heißt, die meisten von euch haben eh Discord. Wenn ihr noch nicht Discord habt, müsst ihr euch das anschaffen, wenn ihr Tester sein wollt. Ihr müsst beim Teamspeak euch mit reinregistrieren, damit ihr angesprochen werden könnt von Abgeordneten und Kollegen. Also die Teamler, die mit euch reden wollen. Und ihr müsst dann ganz höchstlich hier unten noch bestätigen, dass die Informationen alle richtig sind. Dass ihr das Ganze gelesen und verstanden habt. Und dann seid ihr im Pool der möglichen Tester mit drin. Und dürft mit als Erster die Version austesten. Und wenn ich sage testen, dann meine ich testen. Es geht darum, rauszufinden, welche Bugs, Glitches, Dupe-Möglichkeiten es gibt. Das heißt, ihr hättet einmal die Möglichkeit, in der 1.16-Version jetzt euch mit einzubringen. Schon vor allen anderen zu spielen. Und dabei auch mal Sachen testen wie, kann man hier eigentlich dupen? Legal. Indem ihr einfach das Ganze macht und dann meldet. Achtung, ich habe hier etwas gefunden. Das müssen wir abschalten. Also für euch die Gelegenheit, einmalig auf Griefer Games legal zu dupen. Ohne die Angst zu haben, gebannt zu werden. Sofern ihr euch da korrekt verhalten und natürlich auch alles meldet. So soll es ja auch sein. Und eure Chance, auch ein bisschen Kontakt zu dem Team dann zu bekommen. Also ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache, wenn man die Zeit dafür hat. Mir fehlt die Zeit leider, sonst würde ich das machen. Und vielleicht erwischt es ja den ein oder anderen von euch, der da mitmachen möchte. Ich bin sehr gespannt. Meldet mir gerne mal, wenn ihr in das Team reinkommen solltet, wenn ihr das schaffen solltet. Und natürlich, wenn ihr interne habt, die nicht verraten dürft, dann verratet ihr die nicht. Aber solltet ihr was dabei haben, wo ihr sagt, das könnt ihr gern verraten, dann haut raus den Kram. So, ich muss mal gucken. Ich bin wahrscheinlich mittlerweile schon wieder rausgeflogen, weil ich inaktiv im Portalraum stand. Ich will aber wieder rein. Und zwar möchte ich zum Abschluss noch kurz daran erinnern, dass wir am 14.05. Und 14.05. ist also nächste Woche Freitag, nicht diese, sondern nächste Woche Freitag. 14.05.2021 werden wir meinen 1000-Abo-Special-Stream feiern. Das heißt, wer dort Zeit hat, kann abends 20.30, 21.00 Uhr, wahrscheinlich erst 21.00 Uhr werden wir loslegen damit. Der kann abends gern dazukommen. Es wird eine Menge Sachen zu gewinnen geben. Es wird eine Menge Spaß und Gaudi geben. Wir werden richtig viel Spaß haben. Und wir werden vor allen Dingen zwei Tickets verlosen. Und was das für Tickets sind, das sage ich euch auch. Und zwar spielen wir am 15.05. um 14.00 Uhr. Das ist der zweite Teil des 1000-Abo-Streams. Werden wir einen Escape-Room spielen, der von Busch und mehreren Leuten extra für diesen Zweck gebaut wurde. Und den werden wir live im Stream durchspielen. Das heißt, ihr könnt sehen, wie wir uns anstellen beim Lösen der Rätsel und ähnliches. Und zwei Spieler, die am Freitagabend im Stream schon dabei waren, die werden ausgewählt, mit mir diesen Escape-Room zusammen zu lösen. Das wird eine sehr, sehr spannende, sehr coole Sache. Und da freue ich mich ebenfalls richtig stark drauf. Also von daher... Oh, ich habe ja noch den Busch auf dem Kopf. So, von daher, wenn ihr dabei seid, habt Spaß, macht mit. Und ich freue mich, wenn viele, viele, viele von euch Tester werden beim Griefer Games Netzwerktest für die 1.16 Alpha. Denn je näher ich dran bin, desto spannender finde ich das Ganze. Und denkt dran, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, ob ihr das gut findet, dass wir zwei verschiedene Parallelwelten haben auf Griefer Games. Ob ihr das schlecht findet und wie ihr euch für was auch immer entscheiden werdet. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos und bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Ich bin raus, euer Ruhstein80. Und wenn ihr nicht abonniert habt, jetzt die Chance, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Ciao.